Darf ich vorstellen? Das ist Lene. Erst wenige Tage alt, aber bereits jetzt schon wohl der süßeste und natürlich größte TSG-Fan. Zur Geburt gibt es ab sofort in der Sinsheimer GRN-Klinik für jedes Neugeborene ein Letzchen in Blau-Weiß. Finde ich natürlich toll, zumal die Lene schon eine Dauerkarte besitzt und wir natürlich Hoffenheim-Fans sind und da ist es eine schöne Idee, dass die Babys da gleich davon profitieren. Hoffi hat es sich nicht nehmen lassen, persönlich vorbeizuschauen. Im Gepäck jede Menge TSG-Letzchen. Und die stehen übrigens nicht nur Lene und den anderen Babys gut. Ich freue mich riesig, dass es heute geklappt hat, auch die Kooperation mit der TSG und dass wir die Letzchen bekommen, weil ich finde es wirklich eine tolle Aktion und die Letzchen kann man gut gebrauchen. Als regional verwurzelter Verein sind Kinder für die TSG eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam mit der 1899 Akademie engagiert sich der Verein im Kinder- und Jugendbereich auf und eben auch neben dem Platz. Im Hoffi-Club und bei den Hoffi-Youngsters und wir wollten unbedingt auch die Neugeborenen willkommen heißen und darüber freuen wir uns ganz besonders. Und wir freuen uns vor allem über dich, süße Lene, denn mal unter uns blau-weiß steht dir einfach besonders gut.